Jetzt sind wir in Concarneau. Das ist der Eingang und hier ist gleichzeitig der Hafen. Wir sind nur wieder ohne Ende. Concarneau, Tritloche, die geschlossene Stadt. Da sind wir auch in der Hafen. Alles ist schön bunt. Lass uns Musik empfangen hier. Musik Musik Das ist so, wie der Peso. Das ist der Ort von Hannover, da sind natürlich jede Menge Leute, da hinten ist der Auktionsfisch, der Auktionshalter. Das war das für die Belustigung. Das war das für die Belustigung. Das war das für die Belustigung. Die Belustigung. Das sind die Gülos. Jetzt sind wir in Concarno und jetzt ist ja ein Gewitter ohne Ende da. Da kommt das Wasser runter wie sonst was. Concarno im Regen. Das sieht schon trist aus hier. Ebbe und noch Regen. Das war das für die Belustigung. Das war das für die Belustigung.